Heute werden wir mal ein bisschen in die Special League gehen. Ja, 20-Kampf, äh, Sternenkampf, wow, ich hasse es. Also ich verkalkuliere mich da immer, aber egal, wir starten einfach mal. Deswegen gehen wir mit, ja, mit Mienauer rein, ich glaube ja. Dafür habe ich nämlich so ein bisschen geruhnt. Und mit dem Rest habe ich nicht geruhnt. Seht ihr, da fängt es schon an. Jetzt habe ich nämlich ein großes Problem. Aber hey, ich bin ja klug und wir nehmen Bella. Nein, natürlich nicht, ich weiß nicht, was wir nehmen. Wir nehmen einfach Miho noch. Ja, das ist das Ding, ich bin, ich, ich, ich hasse diese 4-Sterne-Monster-Kacke da. Ist aber egal, Sierra regelt. Nein, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, was ich bannen möchte. Hätte auch Werde nehmen können, aber dann hätte ich einen Slot freilassen müssen, weil ich keinen anderen, ich habe keinen 2-Sterne-Monster. Ich hasse diese Welt-Arena, das ist so, bleh. Oh, der hat einfach nur Supporter. Nehmen wir von Barbara raus. Ich habe immer noch eine Sierra und so. Ich bin mehr so Angriff, erst mehr so Defense. Aber ob das so was bringt, keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal. Wie gesagt, sie ist das größte Problem in der Theorie. Ist aber auch gut tankig, muss man sagen. Busted, cut it. Okay, dann kommt jetzt die Wille. Die ist das. Man kennt das Prozedere. Da hatte ich auch letztens einen. Der hat einfach mit Tribble Wille gespielt. Also hat Gianna gebannt. Und dann halt, ja gut, ich sage ja, Molly funktioniert sehr gut. Also Molly ist broken as fuck. Kennt man doch. Sieht man. Das sieht man doch, oder? Wie broken eine Molly ist. Und das geht mir nicht jetzt um, das geht mir um die Glancing-Chance. Leute, die Glancing-Chance ist nämlich nicht sehr hoch. Ha, die Wille gestrippt. Ach ja. Das ist, Special League ist so der größte Bullshit, den es überhaupt gibt. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie Leute Spaß an Special League haben können. Weiß ich nicht. Sorry, aber da kommt mir kein Reim drauf. Ich finde die so, für mich einfach mega unnötig. Ist einfach unnötig. Ist einfach so richtig unnötig. Wir gehen jetzt einfach mit Fran, Vigor, Triana, Molly und dann mal gucken, was Freies rein. Das machen wir jetzt. Einfach mal so full support. Das machen wir jetzt. Außer wir kriegen Chinesen. Ah, der Bot ist da. Man kennt ihn. Aber egal, wir machen es trotzdem. Wir gehen jetzt mit Vigor first pick. So, auf geht's. Mina. Minas Bann. So. Okay. Habe ich überhaupt ein Lied? Komm, noch mal was er nimmt. Ich glaube, ich habe nicht mal ein Lied, oder? Ah, der Molli raus. Jetzt habe ich ja doch ein Lied. Ja. Das wäre... Ja, tatsächlich. Hätte er Giana genommen, hätte ich kein Lied gehabt. Das ist so richtig dumm. Aber hey, vielleicht flippt das ja. Einfach mal full support gehen. Full support gehen und einfach alle auf den Sack gehen. Das ist meine Taktik heute. Einfach allen auf den Keks gehen. Das machen wir heute. So. Und wahrscheinlich übelst reinscheißen. Aber da ist nichts Neues. Das kennt man. Okay. Wer hat das schneller? Das ist ja schön. So. Please strip. Full strip. Ja, außer Molong. Das ist fein. Deathbreak. Sehr schön. Müssen wir nicht machen. Die ist auf Grid Damage. Die kann ein bisschen Schaden machen. Ja. Sehr schön. Die progt jetzt sowieso raus. Oder Harmonia Progt. Einer von beiden wird jetzt sowieso proggen. Sage ich doch. Das ist immer so. Das ist... Das ist normal. Da brauchst du keine Kuh für. Das ist einfach... Das ist einfach standard. Das ist so richtig standard. Kill die. Die muss weg. So. Fran is gone. Ist einfach weg. Hast du gesehen? Die ist in der Luft hat. Die sich aufgelöst. So. Jetzt brauche ich... Ja. Kann sein, dass die Wille... Ne. Macht... Okay. Er macht das. Ja. Progt. Ah ja. Kennt man. Ja gut. Viggo hat auch geprogt. Ne. Ein Prog hinten her hänge ich. Ein Prog hinterher hänge ich. Was? Da los. Und der kann nicht treffen. Mein Gott. Bist du scheiße. So. Molong. Was hast du vor? Ja. Viggo kann es nicht rausnehmen. Zwei Progs hänge ich hinterher. Mal gucken. Ja. Sind by the way. alle auf Viewer außer Werde. Falls Leute gibt es, die es interessiert. Ne. Man weiß es ja nicht. So. Seht ihr? Oh. Ein Prog für mich. Ist ja schön. Fantastisch. Dann machen wir jetzt das. Das ist mir egal. Sleep. Okay. Werde Kottet. Da kommt nochmal vorher dran. Aber das bringt jetzt nicht so viel. Wobei. Damit... Ah. Ne. Ne. Ich komm... Ah. Die kommt nochmal dran. Auch gut. Splitten wir mal ein bisschen die Bomben. Damit die, äh... Harmonia nicht alles wegmachen kann. Hier Break. Ja. Kann sein, dass sie die jetzt nimmt. Das ist fine. Das ist fine. Das war ja so ein bisschen mein Ziel. Sag ich mal. Dass er da ein bisschen was macht. Dann machen wir mal auch so ein bisschen hier. Dann strippen wir hier. Ja. Bester Guide ever, ne? Guck mal. Ich hör mich an wie eine Dokumentation. Eine gelangweilte Dokumentation. Man kennt's. So. Machen wir hier mal so. Ah. Schade. Kein Death Break. Okay. Ja. Triana kann's die Bombe nicht geben. Die Bombe macht nicht viel. Molong und Dings ist auch Latte. Ich weiß gar nicht. Wieso hat er eigentlich... Ich hab richtig gut gepickt mit Triana, oder? Merke ich jetzt erst. Das merke ich ja jetzt erst. Ey, ich bin richtig schlau. Unbewusst schlau. Das nervige ist, ich kann jetzt Uncharted Harmony machen. Das wird die jetzt wahrscheinlich jetzt gleich auf der Triana machen, damit der Molong sie rausnehmen kann. Und warte mal, das war kein Bot, oder? Alter. Merke ich jetzt erst. Ich kämpfe ja gegen den. Und es war kein Bot? Was? Ne, die Mine machen nicht viel. Wir nehmen die Miho raus. Okay. Ah, ne. Ah, der war schlau. Warte mal. Fliegen wir jetzt? Ne, ne? Ne. Warte, der spielt ja auch. Ich glaub, das ist ein Mythos. Das gibt's nicht. Entweder haben sie das geändert, oder das ist ein Mythos. Die haben euch alle verarscht. Alle haben euch verarscht. Das sind gar keine Bots. Das sind alle Real Persons. Sieht man doch. Guck mal, wie real die sind. Hard real. Und da sehen wir wieder, Glancing funktioniert nicht. Existiert nicht. Man kennt's. Und der Daphnis ist schneller als meine Gianna. Oh, das könnte wehtun. Oh, das könnte wehtun. Falls er trifft. Natürlich trifft er. Ha, ich lebe noch. I'm alive. I'm still alive, Leute. Oh, die Mina. Okay. Deathbricks drauf. Nice. Der Proc war, by the way, auch gut. Der war auch gut. Oh, ich hätte Werder rausholen sollen. Ah ja. War bad. Aber okay, ist fine. Okay. Bombe trifft natürlich. Man kennt's. Ja, Ripp. Nein, doch nicht. Okay, wenn wir in der Mina-Liste drankommen, ist ja logisch. Okay. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Okay. Aha. Okay. Und Proc? Nee. Die Mina, Mann. Geh weg. In Ruhe. Proc? Schade. Der Proc hätte sie eventuell retten können. Oh, nice, Proc. Ah. Ganz knapp. Oh. Bitte, bitte, bitte. Ah, nice. Ha, ha, ha. Oh, scheiße. Hä? Der hätte die doch locker mit einer Bombe noch rauskriegen können. Easy, Alter. Was ist da los, ey? Hier. Wir nehmen trotzdem Verdi. Wir sind heute voll YOLO unterwegs. Und wir nehmen, wir nehmen, ich glaube, ich nehme Elucia tatsächlich raus, ja. Elucia kann mir zu nervig sein mit ihren komischen, ähm, mit ihren komischen Dings da. Wie heißt das hier? Ne, ihr wisst, was ich meine. Dat komische da. Dat eine da. Dat Friesen. Das da. Das nervig. Oh, da habe ich mit meiner Nase mein Mikrofon berührt. Jetzt haben wir sie mal ganz innig. Innige Liebe sind wir jetzt. Okay. Äh, der Leica muss weg. Das ist wichtig. Wenn der Leica nicht weggeht, ist das problematisch. Und die Loren ist fast, das ist, fuck, heilige Scheiße. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Da, fuck. Das ist ein Swift-Loren. Okay. Aber die ist gut schnell. Das muss man sagen. Die ist gut schnell. Die ist goddamn fast. Okay. Kriegen wir die Fran gestunt. Nice. Okay, jetzt ein Proc wäre nice. Danke. Das war mega nett. Ist die auf Revenge? Keine Ahnung. Das Loren. Naja. Machen wir so. Wille hat der Wille? Wille... Ah, ne. Der kleinst die Bomb. Okay. Der kleinst die Bomb. Da passiert nichts mehr. Das ist schön. Die Loren. Eigentlich müsste ich, glaube ich, eher auf die Loren gehen als erstes. Aber YOLO. Aber YOLO. Hier Block. Okay. Immerhin. Jetzt geht er auf Gianna. Ich glaube, das ist sogar das smarteste, was er machen könnte. Weil Gianna mit der einzige ist, die gefährlich für Miho werden könnte. Kriegen wir die raus? Ah, schade. Kein Deathbreak gelandet. Sonst eventuell. Natürlich progt die. Man kennt's. Sie hält die Bombe. Okay. Sie bleibt still bei der Bombe weg. Wegmach ihn. Still bei der Bombe wegmach ihn. Da muss nur eine Bombe nochmal drauf. Das Gute ist, mit Speed Buff und ein 300er... Erde. Also 299. Ist ja nicht genau 300. Ist es schon smart. Hab leider kein... 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 Ähm... Hey, Alter. Danke. So, jetzt denkt der Miho macht das, ja? Jetzt kommt ein Healblock drauf. Jetzt macht er gar nichts mehr. So. Sehr schön. So läuft der Hase doch. So läuft der Hase doch. So muss es laufen. Wenn es nicht so laufen würde, würde es ja nicht so laufen. Wisst ihr, was ich meine? So. So... Sorry. So. 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 Vielen Dank.